So sieht's doch schön aus, oder? Und hinter mir, liebe Freunde, die Kölner Casting Couch. Ach, da freue ich mich, oder? Ist geil, oder? Ich zeige euch schon mal, während kannst du ein bisschen rumprobieren. Hier werde ich leben, Blatt. Couch. Mein neues Setup. Das neue Master Chief Königs Setup aus Köln. Geil, oder was? Ist das geil? Krass. Ja, warte mal, wir sind noch nicht fertig. Warte mal. Morgen Abend gibt's den ersten richtigen Stream. Morgen Abend werde ich mit Slavik, wenn wir hier eine Premiere haben, und zwar seine erste Staffel 2 Start-Snacken-Join-Serie, haben wir exklusiv. Slavik hat sich das gewünscht. Ich habe gesagt, mache ich sehr gerne. Das ist auch ein guter Einstieg erstmal in unsere Technik, die noch nicht so funktioniert, wie wir wollen. Aber dann werden wir Slaviks Serie hier zeigen. Etwas, Jens, sei bitte etwas leiser unter mir. Janosch, hör doch auf. So ein bisschen die Hotelfeelings hat man da, gell? Gell? Ist so, ja? Licht muss ein bisschen dunkler. Ja, pass auf, all das funktioniert leider aktuell nicht. Aber ich finde es eigentlich so hellschön. Guck mal, wie weiß meine Zähne sind. So weiß war meine Zähne noch nie. Guck. Ich habe natürlich hier hinten Magie eingebaut, ne? Die beste Magie, die es gibt. Jetzt geht dieser Drecksknopf wieder nicht. Das ist doch... Ja, jetzt geht er. Freunde, also, ich werde hier in der Szene oft sprechen. Und wenn wir dann ins Gameplay gehen, werde ich kurz einfach umbauen. Huch, warte. Oh, da sind wir doch zu Hause. Da sind wir doch da, wo wir hinwollen. So sieht das aus. Da sind wir da. Da sind wir zu Hause. Das ist Köln. Das ist Leben. Hast du heute Aufzeichnungen? Ich habe heute Aufzeichnungen gehabt. Ich habe morgen Matzen-Dreh, morgen Köln-Tour. Weniger Licht. Ton muss noch gefixt werden. Weniger Licht kommt auch noch. Aber da fehlen uns noch die... Sie müssen das Netz verlängern. Ich weiß nicht, wie sich das nennt, ne? Ich kann es euch nicht sagen. Ich sage euch, dieser Stream wird hier krank aus Köln. Weißt du, weil ab und zu werde ich auch einfach, werde ich sagen, ich klopf mal um. Wir gehen mal, holen mal einen runter. Wenn ich hier Handyverbindung habe mit dem Ding, gehe ich einfach mal raus, oben klopfen, wer da ist. Welcher Letztenzer da drin ist. Mir scheißegal. Ich mache alles. Schade, dass Corona ist, sonst würde ich unten von der Straße einholen. Weißt du, wie ich meine? Ich mache es auch. Ihr kennt mich doch. Ich mache es. Oder wir können draußen von der Dachterrasse, wenn hier schönes Wetter ist, dann hole ich den Einweggrill von der Tankstelle für den Dreier. Bam, Junge. Dann bin ich draufgeratet. Dann haue ich drauf. Schön. Da kommt die Metwurst drauf. Vom Allerfeinsten. Wisst ihr, was ich meine? Aber so können wir auch supergeil auch Talkshow. Ich finde, das ist das erste Mal auch, Freunde, dass ich so ein Reel aus Holz im Hintergrund, dass das echt ist. Kuh-Fell-Couch. Man hat bei mir sonst noch nie irgendwie was Echtes gehabt. Wie fühlt ihr den Computer? Überleg mal, wie groß der ist. Guck dir mal den Computer an. Geisteskrank. Und der Spiegel steht da wegen 4D-Optik. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann euch so blinseln. Da kommen andere mit ihren 3-Millionen-Häusern. Was für 3-Millionen-Häuser? Hier Köln. 100 Quadratmeter im Ghetto. Verstehst du, was ich meine? Wo du unten denkst, du wirst abgestochen, kurz vorm Kölner Dom. Da kommt einer, zieht dir nochmal die Rolex ab. Ich bin da. Ich bin am Zenit der Zeit. Versteht ihr? Das ist mein Style. Das ist das Ding. Mann, vor Freude. Ich könnte hier ausraschen. Vor Freude. Ich sag dir das. Oh, ich glaube, ich habe oben was gehört. Ich glaube, die Alte ist aufgestanden. Das, das, das. Hast du es gehört? Da hat jemand in die Warte beschreibt. Jetzt müssen wir uns hören. Habt ihr den Boom gehört? Habt ihr das gehört? Einmal Knall? Zmaul. Mensch. Soll mich mal einer hier rausschmeißen? Rab zahlt prozentual mit an der Miete. Dann schicke ich dann vor. Dann gehe ich hier hin, rufe da an. Ich habe hier auch ultrakranke Möbel. Soll ich euch mal zeigen, was ich hier für Möbel da habe? Aber ich muss es reintragen. Bruder, Alter. Junge Baby, Alter. Bruder, Alter. 300 Kilo. Scheiße, wo ist die Blume hin? 300 Kilo. 300 Kilo sind das. Warte. Scheiße, die ganze Blume ist auseinandergefallen. Scheiße. 300 Kilo. Guck dir das an. Wie Finch. Wie Finch es. Ballert, Junge. Solche Möbel. Bevor ich hier ausziehe, ziehe ich alles ab. Oh, Scheiße. Wenn die Scheiße runterfällt, das war ja ab. Alles hier reingeschleppt. Die haben gekotzt. Ich sage euch das. Hotelangestellten haben gekotzt. Das gehört hier zum Hotel. Wisst du, was ich meine? Die haben gekotzt. Das haben bloß in einem anderen Haus. Da sind die... Die kotzen mich an. Ich habe sie reden gehört, ne? Fenster war offen. Die kotzen mich an. Mit seinem Scheiß. Da mussten die die Kisten. Das wurde alles geschickt. Monitore. Das wurde alles geschickt. Komm, ist gut. Knossi, kauf dir Schuhe. Ja, aber Schuhe ist, musst du hier haben, ne? Wenn du es schon hier hast, hört man nichts mehr. Es ist für mich nicht so. Bei mir ist wichtig, Hintergrundgeräusche, ne? Wenn Frau auch mal ein Fürstchen lässt, muss ich dabei sein. Wenn sie das erste Mal von mir vorurzt, dann musst du dabei sein. Ganz wichtiges Ding. Die hat noch nicht, versteht ihr? Nach, wie lange sind wir jetzt? Fünf Monate. Wenn die das erste Mal einen abdrückt, muss ich es bis hier hören können. Wenn sie heimlich machen will, ich muss dabei sein. Ich muss das, dass ich dir das vorwerfen kann. Wenn bei mir mal zoppelt im Dünndarm. Dass ich mal einen raus jetzt und sage, ja, ich wollte auch mal so wie du. Ja, jetzt weißt du, wie es ist. Der Moment wird kommen. Der Chef von Doidoi sagt immer, du wärst Boris Becker lecker. Ey, woher weißt du das, Kuddel? Lecker, lecker Boris Becker. Ja, das stimmt. Lecker, lecker Boris Becker. Stimmt wirklich. Nicht wieder aus dem Hotel fliegen, so wie damals auf Malta war das. Ja, aber das hier ist kein Hotelzimmer, kein gemütetes. Ich werde ja hier auch nicht für Ewigkeiten sein, ne? Twitch alle empfehlen, danke für 1000 Bits. Ich finde es einfach geil, dass ich jetzt von hier einfach streamen kann, ne? Sound ist komisch. Ja. Ja, ihr seid es halt anders gewohnt. Bei mir zu Hause ist halt der Raum auch ganz klein, ne? Da halt nix. Das ist halt, vielleicht muss ich hier wirklich so und mir so einen Penis ins Gesicht drücken, ne? Dann werden wir morgen Abend hier mit Slavik sitzen. Ich habe morgen einen langen Drehtag, aber morgen Abend werden wir hier mit Slavik sitzen, ne? Bekommst du die Wohnung gezahlt in Köln? Zum Teil. Also es ist so, dass die Tage, in denen ich hier bin in Köln, dass da die Wohnung bezahlt wird und ich den Rest draufzahle, weil ich halt nicht wollte, dass hier, weißt du so, du gehst hier raus, musst alle Sachen mitnehmen. Du willst ja auch Sachen hier lassen. Versteht ihr, was ich meine? Nein, deswegen muss ich noch on top drauf bezahlen, ne? Es ist, ja, aber ich glaube, würde jeder so machen, oder, Chad? Ey, weil sonst gehst du hier raus. Aber ich sage euch halt, was man da drauf zahlt, das ist halt, schätzt mal, Chad, was das hier im Monat, mein Anteil kostet. Ey, ich sage euch das, da muss man echt einiges. Mit einem Tausender kommst du da nicht hin, kann ich euch sagen. Mit einem Tausender kommst du da nicht hin. 1.600 Euro Eigenanteil noch on top, ne? Dass ich hier nicht, im Monat, dass ich hier nicht, dass ich hier die Sachen, dass ich hier drin bleiben kann. Sonst hätte ich hier kein Stream-Setup aufbauen können, nix, ne? Aber ihr dürft halt nicht vergessen, ich bin halt hier ganz zentral, ne? Ich bin hier ganz zentral und hab hier auch den kompletten Service eines Hotels, ne? Also ich reise hier ab, wenn ich nach Hause fahre und die putzen hier alles und sowas, ne? Ja, krass, natürlich ist das krass, aber es ist bis Mai, ne? Und beim, ich kriege ja bei RTL, verdiene ich ja auch ein bisschen Geld. Und, ey, da musst du halt, weißt du, dann machst halt mal, äh, machst halt mal eine mehr, dafür, dass du im Monat halt, äh, das Ding bezahlt hast. Versteht ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Würde, ich glaube, würde jeder so machen, gell? Hast du mal mit Raab Mettbrötchen gegessen? Tatsächlich hat der, äh, morgens schon Mettbrötchen mitgebracht von seiner Lieblingsmetzgerei. Tatsächlich, stimmt, ja. Ich hab vier Stück weggefressen, bleib. Aber ein anderer Sauer im Büro, egal. Kann man da hinten ein bisschen Wohnung sehen? Da hinten ist Wohnung. Da ist Schlafzimmer und Badewanne. Das kann man hier doch sehen. Hier auch, ein schönes Möbelstück. Ich komm mit der Kamera, die hat zu wenig Spiel. Die hat zu wenig Spiel, du kannst vergessen. Kannst vergessen. Wartessi, wir sehen uns dann morgen Abend mit Slavik hier und werden die Premiere seiner neuen Serie feiern, die noch nirgends zu sehen ist. Wir werden die uns morgen mal hier angucken. Das wird der erste richtige Stream dann sein, morgen Abend. Auch testklein. Hier ein bisschen live gehen. Talkshow, Morgshow. Ist doch geil, oder nicht? Oder? Reicht, ja. Ja. Tschüss. Macht's gut. Alge. ENDiana END 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 Bis zum nächsten Mal.